Hallo liebe Fußballfreunde, zweite Bundesliga-Tippspiel, Räuterfurt gegen Arminia Bielefeld, 1-1, Magdeburg gegen Heidenheim, 1-1, Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf, 2-3, Jalle Regensburg gegen Hansa Roskog, 1-1, 1-1, SFC Kaiserslautern gegen SFC Nürnberg, 2-1, das Lautern gewinnt, St. Pauli gegen Darmstadt, das ist ein Unterschied, 2-2, Badde-Borne gegen Hamburger HSV, da ist mein Tipp, 3-3, Hannover 96 gegen Karlsruhe, Hannover wird gewinnen mit 2-1, Sandhausen gegen Braunschweig, 1-1, 14 Spieltag, mein Tippspiel.